So, das hier ist von DOS die Soundbox XL. Ich wollte noch mal ein nächstes, also ein zweites Video drehen von dem Sound dieses Lautsprechers, dieses Bluetooth-Lautsprechers, weil es das letzte mal ein wenig spät gewesen ist. Oh, ich bin gerade. Ja, weil es ein bisschen spät gewesen ist und ich wollte meine Nachbarn jetzt nicht unbedingt stören. Ich werde jetzt erst mal so ein paar Minuten Hälfte Lautstärke spielen und danach gehe ich dann kontinuierlich Richtung Max-Lautstärke. Ich wünsche euch erst mal viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe noch ein bisschen mehr gesehen. so ich denke das hat euch jetzt mal vermittelt wie so der sound von der box ist wirklich meines erachtens wirklich ganz gut ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann schau ich